Was soll ich euch noch erzählen, was ich euch nicht sowieso schon an die 500 Mal erzählt habe? Ich weiß nicht, wo er ist. Und wo er hinwollte auch nicht. Nach Norden, Süden, Westen, Osten, Mexiko, auf Mond. Ich hab keine Ahnung. Aber ja, selbst wenn ich's wüsste, würde ich's euch nicht verraten. Ich hab die Nachrichten gesehen, so wie die meisten anderen auch. Und seinen kleinen Käfig, wo er eingesperrt war. Ich weiß, was sie ihm angetan haben, nur damit er weiter für sie kocht. Von daher sorry. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber auf keinen Fall bin ich dabei, behilflich Jesse Pinkman wieder in den Käfig zu stecken. Und da habe ich gehört.